Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu meinem nächsten Video jetzt wieder, heute TTT auf Mainz und wieder und ja ich würde sagen wir gehen sofort in eine Runde rein wir hören uns gleich noch mein Intro So Leute wir sind jetzt in TTT eine Runde drin ich tue keine Pässe einlösen ich habe Pässe aber ich löse es einfach keine ein Und heute leckt irgendwie Mainzucht ähm das ist glaube ich nicht meine Aufnahme das ist Mainzucht hier Und ich habe auch glaube ich ein Gefühl ich glaube ich weiß auch wieso es leckt gut weil jetzt kommt wieder mal neues Neuen Spielmodi von Mainzucht für Mainzucht raus und ähm Ich schlägte mich hallo Hat die jetzt hier unten mal umgepackt Ich habe keinen Ton Ich habe keinen Ton Ich will jetzt vielleicht was Alter Alter ich war Meine Güte kann der mal ein Chat gucken Mann 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 hier Und wo kommt denn das von da oben Gehen jetzt hier drei hoch oder Gehen jetzt hier drei hoch oder Wieso bin ich gerade nicht gestorben wenn ich mal fragen darf Wt Alter Wollen die mich Hä Hä Die haben mich getötet einfach die waren auch innocent Äh Un Ähm Wie fehlen da eigentlich die Wörter dazu Vielleicht haben wir in dieser Runde ja Glück Oder soll ich mal was einlösen Ach sie scheiß drauf Fürs Video kann man es machen Ich habe es Erfolgreich eingelöst Okay Perfekto Boah kann ja jetzt auch ähm Pässe im Shop kaufen Ist ganz neu jetzt Oh ne Jetzt habe ich mir einen Pass gekauft auf dieser scheiß Map Und Leute ähm sorry für meine doofen Qualität Ich brauche das bitte 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 Komm Komm Das Wetter ist von mir Ich weiß nicht Soll ich ihn umbringen Ja oder nein Na komm hopp Perfekto Scheiße ich bin Wasser Mh das geht Äh Ja Scheiße ich war in Wasser Das war doof In Wasser kann man nicht so schön ausweichen Das ist das doof daran Das ist das doof daran Naja Das war eigentlich ein sehr unfairer Kill war das Wo ich eigentlich schon mal sagen Aber Das ist TTT eben Und äh Ja Dafür tue ich jetzt mal einen Detective passend einlösen So Weil ich bin äh so Ich mag eigentlich Detective mehr Also Mir ist es eigentlich egal was ich bin Hauptsache ähm es immer Wechsel ist Also ich bin so ein Typ der bei TTT immer Wechsel haben möchte Und äh Und äh Und äh Auf Gorme gibt es ja sehr viele Tricks Wie man ähm Keinen innocent wird Aber diesen Trick habe ich schon alles hier auf meistern ausprobiert Der ist auch ganz einfach Ich weiß auch nicht Vielleicht Wurde das schon behoben Auf Gorme Wer weiß Weil das Naja Ne Das ist halt ein bisschen schon Also ganz neu ist das Video erst nicht gewesen Mal gucken Was ich jetzt werte Ah Ich hab doch ein Passend gelöst Ach ich bin so doof Ich frage Ich frage hier gerade was ich werte Ich hab ein Passend gelöst Perfekto Alle Test So So Wer ist das? Sind das alle jetzt bei uns hier? Kann man ähm Kann man ähm Was? Drei Punkte? Okay Scheiße Aber wenn der eben nicht will dann wird er immer umgebracht ganz einfach Ja ich wusste Okay Okay So Ich hab keinen Ton Wartet mal Ähm So So ganz einfach Jetzt hör ich wieder was So dann gehen wir in die nächste runter Ähm Ich hör jetzt keinen Pass einlösen Jetzt mal Mal gucken was ich werde Was ich immer nicht mag ist ähm Wenn Leute meine Kisten Vor meine Nase weg Nehmen Aber hier geht es gerade Hier sind Eins Zwei Drei Vier Kisten waren auf einen Fleck Okay Wo ist denn hier der doofe Tester wenn ich Innocent werde Ach hier Ich bin ja gleich hier Cool Nice Ich hab keinen Pass eingelöst Okay So mal gucken hier noch sich rumtreiben Ah es hat gerade geleckt Da hinten okay Yes Nice War Wie ist das? Hi Na was ist? Die sind Creepers Ähm Der wollte auf mich Der ist es auch Ich muss mal helfen Ich bin gleich tot Scheiße Ich brauche Hilfe 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 Nein Der ist es auch Scheiße Ich treffe einfach gar nicht Ich habe jetzt einmal Oh oh Ein Treffer noch Ja super Naja wir gehen gleich in die nächste Runde Ich mache jetzt immer das hier Weil da komme ich gleich in die vollste Runde Also glaube ich zumindest Wurde ich so gesagt Hä? Wer hat denn gerade die Runde gestartet? Hier ist einer genickt glaube ich zumindest Hä? Wenn nicht flotastisch oder so da ist Hä? Hä? Ich habe mit flotastisch sehr Ähm Viele Runden schon TTT gespielt Das war mitten in der Nacht war das so gesagt Da habe ich einfach so ähm Ich habe so Ich weiß nicht so 4 bis 5 Stunden Ähm War ich die ganze Zeit in so ein Channel drinne Wo auch Flo drinne war Und da gab es auch Da habe ich auch ganz viele Informationen rausbekommen so gesagt Ähm Und Und Ja also ich weiß sehr viel Bescheid jetzt über Mainsoft Geht da mal testen Ähm Ähm Warte mal Äh Der Name war so oder? Ach der war ja Okay Ich dachte schon Da ist es Wieso stehen der da alleine? Wenn der so alleine steht Wenn der so alleine steht Und da überlegt Das ist bestimmt eine Takt Aua Du hast Du hast Innocent Oh Scheiße Schaut man Der war doch innocent Sind da oben welche? Ja Da ist es Oh nein Ich finde das doof Kann ich mal irgendwas im Shop kaufen? Als innocent kann man es ja nichts kaufen Wo ist denn der? Ohne Bogen Ohne Bogen Ja jetzt kam Ja ich habe gerade Ähm Ja Da habe ich mal meinen zweiten Monitor gerade geguckt Das war eine scheiß Blöde Zeit Gerade Naja Hätte er eh verloren noch bloß Ohne Bogen Der kann bestimmt nichts Ich kann auch noch bloß mit dem Bogen nicht äh Ähm 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 Zielen Soll ich noch ein paar einlösen? Tic 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 Habe ich es eingelöst Ich würde auch sagen Es ist meine letzte Runde jetzt Ähm Ich beende gleich wieder Und ähm Ja Ihr könnt auch Wenn euch bis jetzt das Video gefallen hat Könnt ihr auch gerne ein Like da lassen Würde mich sehr sehr freuen Und ähm Ja So Oh der leckt ganz schön Testen Dankeschön Testen Und nicht schlagen Ähm hallo Ich habe gesagt testen Ich habe gesagt Alter Wo ist denn der jetzt da oben? Das ist mein Kill Alter warte mal warte mal warte Ich habe gesagt das war mein Kill du Mann Trotzdem GG Mann Ach scheiß drauf ich mache noch eine Runde ich habe einfach Bock Da wird das Video eben ein klein bisschen länger aber naja Das macht auf jeden Fall mir sehr schön viel Spaß Was ist denn das für eine Map das noch neu oder? Ne ich glaube nicht Nein Ah der ist dahin gerannt So So Oh Kannst nicht einen Bogen Ach hier Okay so jetzt Komm 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 Bitte 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 Meine 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 Oh Ach man Oh Mensch Wo ist denn hier der Tester auch da drinnen Wie viel Interessiert hast du okay Wer wurde Ist ja schon tot King Kor Okay Nebis Ähm Achso der war ja gar nicht so Wieso hat der dann drauf gezielt ich dachte der ist es Ne das ist kein GG Okay Eigentlich würde ich jetzt noch eine Runde spielen wollen aber Das Video ist schon wieder ein bisschen länger geworden wieder Wir sind so maximal wieder bei maximal 20 Minuten Und ähm Ja Auf jeden Fall Leute Auf jeden Fall Leute wenn euch es gefallen hat Das Video Dann lass gerne ein Abo da Die noch nicht abonniert haben Auch wenn ihr neu seid Und ähm Ja Also ich sag ja eigentlich immer ich Mein Kanal eigentlich aktiv ist Ähm Mein Kanal ist eigentlich auch aktiv Aber jetzt zur Zeit Ist Immer nicht so viel Zeit da Und ähm Ähm Ja Jetzt ein Sonntag soll geplant sein Äh Neue Neue Spielmodi auf Mainzucht rauskommt Ich freu mich auf jeden Fall Ich freu mich auf jeden Fall Und ja Guckt auch alle in den Mainzucht Shop nach Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt Könnt ihr einfach mal nachgucken Da könnt ihr jetzt Pässe kaufen Für TTT Und ähm Ja Leute Machs gut Leute Bleibt cool Bis zum nächsten Video Und Ciao Ciao Outro